So, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich mit der nächsten Aufgabe. Ihr seht schon, wir kommen dem Skin langsam näher. Also besuche im Verlauf eines Matches benannte Orte und drei Stück innerhalb von einem einzigen Match. So, das werde ich euch natürlich gleich sofort zeigen, aber ihr habt mal wieder die Möglichkeit einen Skin zu gewinnen. Ist ja nicht so, als hätte ich erst am Samstag, Sonntag, ich glaube am Sonntag, einen Skin an euch rausgehauen. Aber ich habe ja gesagt, es gibt einen für den Creator Code, habe ich gemacht. Es gibt einen Skin für die YouTube Mitgliedschaft, habe ich gemacht, letztes Wochenende. Diesmal gibt es wieder einen Skin bei 2500 Abonnenten. Bevor du jetzt wegschaltest, ich weiß, dauert noch ein bisschen, aber es geht schneller, als man denkt. Rekord war bis jetzt innerhalb von 5 Tagen 1000 Abonnenten. Gruß geht da erstmal raus. Vor allem Gruß geht jetzt auch raus an alle Neuen, die dabei sind. Denn, die wissen es schon, ich zeige es euch ganz kurz. Ihr müsst mich nämlich bitte als Freund hinzufügen. Yt-Family-Hack. Deshalb, weil, in erster Linie, was müsst ihr machen, um Skins zu gewinnen? Erstens, gerne Abonnent sein, gerne meinen Creator Code eingeben und vor allem eine Freundschaftsanfrage schicken. Das sind die drei wichtigen Punkte erst einmal. Dann, nämlich hier auf Abschicken gehen, zack, Freundschaftsanfrage klappt natürlich nicht. Man kann sich nicht selbst einladen. Denn, das hat einen bestimmten Grund. Stellen wir uns einfach mal Situation X vor, dass jetzt gerade Verlosung wäre. Und dein Name wäre Flüdym. So, du hast dir gedacht, ach, weißt du was, schick dem einfach mal eine Freundschaftsanfrage. Irgendwann mal, wenn du das Video gesehen hast. Und jetzt steht hier, du hast gewonnen, aber, ich such deinen Namen aus, kann erst in einem Tag verschickt werden. Dagegen kann ich auch nichts machen. Denn, wir müssen 48 Stunden befreundet sein, bevor ich dir überhaupt einen Skins schenken kann. Ist einfach von Epic Games eine kleine Sicherheitsmaßnahme, falls der Account gehackt wird. Dass derjenige sich nicht direkt selbst alle Skins schicken kann und deine V-Bugs verballern kann. Aus dem Grund, bitte Freundschaftsanfrage rausschicken, damit du da auch auf der sicheren Seite bist. So, dann an alle Creator, egal ob jetzt neue Creator oder auch ältere. Achtet bitte drauf, dass mein Creator-Code drin steht, falls ihr mich unterstützen wollt. Einfach yt-familyhack. Dasselbe seht ihr auch immer, wenn ihr in den Shop geht. Hier oben steht das. Egal, wen ihr da eintragt, der Name steht da immer. Und wenn ihr was kaufen wollt, steht es auch nochmal da. Das steht extra hier. Weil hier kann man ja in letzter Sekunde nochmal gucken. Ach, ich habe ja keinen Creator eingetragen. Ach, haben die das schon wieder gelöscht? Weil, mit jedem Kauf könnt ihr irgendeinen x-beliebigen unterstützen. Wenn ihr einfach 800 V-Bugs ausgebt, ist doch schade, wenn das Geld einfach weg geht, sage ich jetzt mal. Denn so habe ich die Möglichkeit, in Anführungszeichen aus eurem gekauften, euch wieder was zurückzugeben. So, das war es jetzt erstmal dazu. Dann, wie gesagt, es geht jetzt um die Aufgabe. Besuche im Verlauf eines Matches benannte Orte. Ich denke mal, die meisten wissen inzwischen, was benannte Orte sind, wenn sie alle meine Videos geguckt haben. Weil ich habe mal so rumgeguckt. Von den anderen YouTubern gibt es das Problem. Kaum einer erklärt die Aufgaben mit benannten Orten. Aber, es gibt ja immer wieder neue Zuschauer. In dem Sinne bin ich ja auch hier. Und ihr wisst ja, hier dieser Bildschirm. Dieser Ladebildschirm. Das bedeutet, jetzt habt ihr Zeit zum Liken, zum Kommentieren. Und wenn du noch kein Abonnent bist, aber gerne bei Custom Games mitmachen willst. Du, Team, Skinverlosung oder irgendwas anderem. Dann lass jetzt gerne dein Abo da. So, wir gehen jetzt direkt mal rein in die Runde. Und ich erkläre es euch direkt ganz schnell. Wo haben wir denn die engsten drei Dinger? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Holy, dann zu Weeping und dann zu Slurpy. Denn benannte Orte ist das, wo immer ein Name dabei steht. Heißt da, Pleasant Park, Salty, Frenzy, Craigie, Steamy, Dirty, Retail und Lazy Lake. Aber wir nehmen jetzt einfach mal drei Orte, die eng beieinander sind. Deshalb gehen wir erstmal zu Holy runter. So, zack, direkt raus. Weil wir müssen ja, wie gesagt, in einer Runde drei Orte besuchen. Benannte Orte. Nicht Orientierungspunkte. Das hier zum Beispiel wäre ein Orientierungspunkt. Wegen diesem Garten und dieser einzelnen Villa, die da quasi steht. Aber wir sollen ja benannte Orte suchen. Und das werden wir auch direkt schon sehen. Achtung. Zack, einen von drei. So, wir holen uns nur gerade mal schnell ein bisschen was an Loot mit. Nicht, dass uns doch wieder irgendeiner trifft. Und uns dann noch killt und wir wieder alles von vorne machen müssen. Nein, Quatsch. Ihr müsst nicht alles von vorne machen, aber je nachdem, wo die Zone ist. Ja, gut, da wäre jetzt noch Misty. Aber wir gehen jetzt halt rüber in den Wald. Und holen uns da schon mal unseren zweiten Ort. Gerade mal gucken. Vielleicht holen wir uns noch an eine Kiste mit. Aber ein bisschen was haben wir ja. Von daher, jetzt ist erstmal nur Laufen angesagt. Und wie gesagt, das Ganze muss in einer Runde gemacht werden. Also ihr könnt nicht einfach jetzt hier hingehen und dann nochmal neu starten und in den nächsten Ort springen. Das funktioniert nämlich leider nicht. Ihr müsst halt wirklich in einer Runde drei Orte besuchen. So, ich versuche mal nämlich ziemlich an den Rand vom VP zu kommen. Damit wir direkt durchmarschieren können zu Slurpee. So, mal gucken, ob wir hier irgendeinen finden. Weil, ihr wisst ja, hier müssen ja auch noch Kills gemacht werden. Deshalb können wir auch noch Kugner treffen. Da war der Ton, glaube ich, ganz kurz weg. Da frage ich mich auch manchmal, was das Headset für Störungen hat. So, wir rennen auf den Namen zu. Seht ihr oben rechts auf der Minimap? Ich denke mal, das sollte aber jetzt... Jetzt sollte es mal langsam zählen. Aha. Ja, Lacks sind angesagt. Wie immer, wenn neue Aufgaben rauskommen. So, jetzt müssen wir noch 350 Meter laufen und schon haben wir die Aufgabe geschafft. Also, wie gesagt, einfach zu drei benannten Orten fliegen. Mehr müsst ihr da wirklich überhaupt nicht machen. Aber, wie gesagt, muss alles in einer Runde gemacht werden. Nicht in zwei oder drei, sondern in einer Runde. Und ihr dürft nicht vergessen, ihr habt Zeit. Ihr müsst das auch nicht in zwei Minuten gemacht haben. Sondern es reicht vollkommen, wenn ihr drei Orte am Ende besucht habt. Man kann auch ruhig einen Ort nehmen, der weiter weg ist, wo nicht gerade die Flugroute ist, wenn ihr das Ganze im Solo-Modus macht. Warum ich hier gerade die Pilze aufsammle? Ganz einfach. EP. Okay. Irgendwie werde ich es nicht los, dass eventuell doch noch Aufgaben kommen, wo wir ein gewisses Level erreicht haben müssen. So, ich denke mal, jetzt werden wir das Ganze auch geschafft haben. Und? Noch nicht. Aha. Also, wir müssen noch nicht mal ganz rein. Ganz am Rand reicht auch. Und dann haben wir die Aufgaben nämlich geschafft. So, ein paar Gegner habe ich gesehen. Die versuchen wir doch jetzt mal kackfrech wegzuholen. So, wo ist er denn hingedackelt? Vor allem, warum ist er hier hin, obwohl die Zone in der ganz anderen Richtung ist? Oder die versuchen die Angelaufgaben zu machen. Das kann natürlich auch sein. Weiß hier hier gar keinen. Wo ist der denn hin gerannt? Er ist mit dem Boot unterwegs. Der macht safe die Angelaufgabe. Aber wo ist denn hier der eine hin? Komm her, du Hund! Da hinten ein Lama. Die 1000 EP holt ich mir definitiv mit. Wie gesagt, wenn ihr ein Lama seht, versucht es mitzuholen, wenn ihr auf EP am Geiern seid. Weil es gibt schließlich 1000 EP dafür. Genauso, wenn ihr Pilze seht, holt euch die, geben halt auch nochmal 35 EP. So, da ist das gute Ding. Zack, zack, zack. Ja, bauen wir uns halt nicht ein. Wird schon gut gehen. Da, 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 da. Zack. Wie ihr seht, 1000 EP für ein Vorrats-Lama. So. Kriegen wir noch einen Gegner vor die Flinte oder nicht? Diese Lags. Jetzt mal ohne Quatsch. Habt ihr auch diese Lags? Ich meine auf der Playstation und... Ja, ja. Ja, AIM des Todes. Lol. Warte mal, jetzt muss ich mich nur gerade mal wieder ein bisschen hochheulen. Vor allem, es funktioniert wirklich mal hier vorne. So, sind wir schnell als die Zone? Rennen. Ah, ich würde sagen gleich. Nein, Zone ist schneller. Ei, 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 ei. Aber ich würde sagen, das reicht eigentlich auch. Wie gesagt, Kurzfassung ist, immer zu einem Ort gehen, wo Name steht. Ich denke mal, das sollte eigentlich jeder hinkriegen. Probiert es halt einfach wirklich in Gruppenkeile. Ist die einfachste Variante. Ihr habt ja gesehen, einen Gegner haben wir jetzt gehabt. Aber da waren andere Teammates schneller als wir. Wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr bei Verlosungen dabei sein wollt, gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr mit mir spielen wollt, gerne ein Abo dalassen. Also, was müsst ihr machen? Genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bis zur nächsten Aufgabe. Bis zum nächsten Mal.